Aber es schlägt nur für dich. Ich werde es dir herausoperieren. Wozu habe ich ein Taschenmesser. Arbeiten und nicht verzweifeln. So, das hätten wir. Aber es ist ein Ziegelstein. Dein Herz ist ein Ziegelstein. Es ist mir ein Vergnügen. Aber ich kriege es auch nicht heraus. Wenn es dir nichts ausmacht, willst du, dass ich dir helfe? Ich kriege es nicht heraus. Das werden wir ja sehen. Mein Herz ist rein. Wenn du mir meinen Fußboden nicht schmutzig machst, darf ich dir mein Herz zu Füßen legen?